Die dunkle Jahreszeit hat begonnen, wie hier in Höfer mit einem stimmungsvollen Laternenumzug. Nächsten Freitag folgt Eschede, Start 17 Uhr an der Flohrmühle. Tante Enso wird dringend erwartet in Höfer. 150 Gäste beim Infoabend waren schwer angetan vom Konzept. Jetzt läuft der Countdown um 300 Genossenschaftsanteile. Mehr als die Hälfte sind wohl schon im Sack. Besucherrekord auf dem Habichorster Herbstmarkt. Schon am frühen Nachmittag waren die Futtervorräte restlos verputzt. Trotzdem prächtige Stimmung. Kleine Privatsägewerke sind schwer im Trend. Und alleine im Eschedeer-Bereich gibt es derzeit bereits mindestens fünf davon. Mehr als große Männerspielzeuge, wie hier in Starkshorn zu sehen. Richard Winkelmann ist großer Waldbesitzer im Raum Eschedeer, das kann man ja auch nicht so sagen. Sie haben vor ein paar Jahren den Entschluss gefasst, ich baue mir ein Seegewerbchen. Warum? Was war der Grund? Der Hintergrund ist tatsächlich gewesen, dass die Holzpreise in den Keller gegangen sind für die Waldbesitzer, die das Holz verkaufen wollen. Und Hintergrund war die Käferplage im Harz. Und dann konnte man das Käferholz kaum verkaufen. Und ein paar Jahre später zog der Holzpreis für geschnittene Ware sehr stark an, aber wir kriegten immer noch die ganz schlechten Käferholzpreise. Und da habe ich mir überlegt, dann lege ich mir selber ein Seegewerk zu und verarbeite das Käferholz eben selber. Da kann ich dann sehr viel mehr Nutzen draus ziehen und kriege mehr Geld dafür bezahlt. Ja, ich kann dazu sagen, ich habe hier einen Hof mit ungefähr 484 Hektar Wald und da fällt einfach sehr viel Holz an, was zum großen Teil vom Harwester aufgearbeitet wird. Aber es bleibt eben immer noch einiges über und gerade das Käferholz, das verwende ich dann zum Sägen hier. Ich habe das hier drin gespeichert, da ist die Höhe jetzt und ich sage, ich will ein zölliges Brett machen, das heißt 25 Millimeter. Dann drücke ich ein nettes Cut und der stellt sich von alleine darauf ein. Vorne ist noch ein Vorritzer, der den Stamm anritzt, bevor das Sägeblatt kommt und den direkt wegkippt, nehmen das muss ich. Wir haben hier auf dem Hof einen großen Nachholbedarf mit Holzbaumaßnahmen. Wir haben jahrzehntelang relativ wenig gemacht und deswegen brauche ich dieses Holz tatsächlich alles selber. Wir haben noch ein altes Fachwerkhaus, was wir jetzt dämmen müssen und da kommt eine Verkleidung außen drauf und das säge ich eben selber. Und wenn ich das in einem Sägewerk kaufen müsste, dann müsste ich da viel Geld für zahlen und so kann ich das alles sehr schön selber machen. Also ich betreibe dieses Sägewerk seit einem guten halben Jahr. Ich kann das nur nebenberuflich im Augenblick machen, weil ich ansonsten noch einen anderen Job habe. Aber in meinen zwei Minuten bin ich gerne hier und wenn ich am Ende des Tages den Stapel angucke, den ich gerade gesehen habe, kann ich einfach sagen, es macht riesig Spaß. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017